Und dann kommt es zum 30. Januar 1933 und Hitler wird zum Kanzler ernannt. Das ist so die Logik der Autokraten. Wir überwinden die parlamentarische Demokratie. Wir sind schon dabei im Jahr 32 und jetzt brauchen wir die Nazis als Unterstützer, aber wir werden sie zähmen. Also es gibt dieses Zitat von Franz von Papen, in ein paar Wochen haben wir Hitler so weit an die Wand gedrückt, dass er quietscht. Das ist jetzt sinngemäß zitiert. Ihr könnt im Podcast nachhören. Ich weiß jetzt nicht in welcher Folge, aber...